Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir hatten eine Abstimmung, welches Thema ich als nächstes behandeln soll und rausgekommen ist der Wolf, wie ihr eurem Titel auch schon gelesen habt. Ich will da jetzt also gar nicht so weiter drauf eingehen, sonst wird er sich nämlich noch länger, als es voraussichtlich ohnehin werden wird. Und das möchte ich doch ganz gerne vermeiden. Denn stattdessen sei noch mal kurz darauf hingewiesen, für diejenigen, die dieses Video jetzt per Suche finden und mit mir nichts anfangen können. Ich bin Ben Tüxen, ich habe einen Master of Science in Forschung und Holzwissenschaft. Heißt, ich bin jetzt nicht irgendwer, der hier was zum Wolf erzählt, sondern schon jemand, der ein bisschen mehr sich mit der Natur und dem Wald auskennt. Aber ich bin auch kein ausgewiesener Wolfsexperte, also ich bin jetzt kein Biologe mit Fachgebiet Wolf. Das auch wieder nicht. Ich würde mir aber anmaßen, dass ich genug Wissen über die Natur und über Ökologie und auch über Tiere und so weiter und so fort besitze, um einen guten wissenschaftlichen Artikel zum Wolf von einem schlechten wissenschaftlichen Artikel zum Wolf, ja, um die eben unterscheiden zu können. Und davon habe ich jetzt ein paar gelesen. Jetzt ist die Sonne in einem recht ungünstigen Winkel angekommen. Besser. Ja, mit dem Resultat, dass ich jetzt also schon ein bisschen was zum Wolf erzählen kann. Es soll hier jetzt primär um die Frage gehen, inwiefern jetzt der Wolf in Deutschland, dessen Zahl jetzt ungefähr 200 Exemplare beträgt, der in Norddeutschland in ausgewiesenen Wolfsgebieten jetzt wieder richtig häufig ist. Deswegen ist es immer noch nicht einfacher, einem zu begegnen, wenn man das dann vorhat. Das heißt, für die Naturschützer ist es wahrscheinlich noch zu wenig Wolf, also für die Pro-Wolf-Fraktion und für die Kontra-Wolf-Fraktion ist es selbstverständlich schon viel zu viel Wolf. Zumal er jetzt sich dann halt langsam jetzt auch noch ziemlich nach Niedersachsen ausbreitet und da auch schon ordentlich anwesend ist. Vor 15 Jahren war er ja noch nur in der Lausitz anzutreffen auf dem Truppenübungsplatz und breitet sich jetzt immer weiter über Deutschland aus. Ich blende euch zu diesem Zweck auch mal schnell eine kleine Übersichtskarte ein. Auf der könnt ihr dann jetzt erkennen, wo der Wolf derzeit sich überall rumtreibt. Er ist weiter auf dem Vormarsch, definitiv, und er wird sich wahrscheinlich, wenn wir ihn dann lassen, in komplett Deutschland ausbreiten. Es gibt nämlich hier nirgendwo einen Lebensraum, in dem der Wolf per se nicht leben könnte, mal ausgenommen die Städte. Also anders als der Fuchs ist es für den Wolf nicht möglich, mitten in der Stadt zu wohnen. Also so ein Stadtwuchs, wie es ihn in Berlin wirklich haufenweise gibt, das wäre beim Wolf nicht vorstellbar. Also da kann man sich, glaube ich, relativ sicher sein, dass das nicht passieren wird. So, jetzt mal ein kurzes paar Worte zur Lebensweise vom Wolf. Der Wolf ist ein Rudeltier, bestehend aus Familienrudeln. Man hat lange geglaubt, da würden auch noch diverse andere Familien innerhalb dieses Rudels existieren. Das mag in manchen Regionen der Welt auch tatsächlich noch so sein, beziehungsweise da stimmt diese Vermutung möglicherweise noch. Man ist da gerade ziemlich am überlegen, und wie ist denn das jetzt? Früher hat man eben genau das geglaubt, dass es da mehrere verschiedene Tiere aus verschiedenen Familien, in Anführungszeichen, im gleichen Rudel leben. Man geht jetzt mittlerweile davon aus, dass das größtenteils Beobachtungen aus Gefangenschaft, beziehungsweise im Gehege lebende Wölfe gewesen sind, wo sie keine andere Wahl haben, als so ein Rudel zu bilden. Bei freilebenden Wölfen handelt es sich um ein Elternpaar, das sich fortpflanzt, plus zwei Generationen an Jungen. Also die jeweils kleinen Jungen plus die einjährigen, beziehungsweise eineinhalbjährigen plus die eineinhalbjährigen Jungen. Wölfe wandern mit zwei Jahren ziemlich genau ab, die jungen Wölfe, in der Regel auch nicht immer. Es gibt auch Tiere, die als Tante dann quasi, meistens sind es Weibchen, die als Tante dann im heimischen Rudel bleiben und das auch bis ihr Lebensende und sich nie fortpflanzen. Und wirklich als Tante quasi dem sich paarenden Alpha-Paar da beim Fortpflanzen, beziehungsweise nicht beim Fortpflanzen, aber beim Jungenversorgen entsprechend zur Hand gehen. Interessant sind diese abwandernden Jungenwölfe, die das dann eben nach zwei Jahren tun, weil das sind diejenigen, die dann weiter nach Deutschland vordringen, sozusagen, und dort neue Rudel gründen, sofern sie dann vor Ort ein entsprechendes Weibchen, beziehungsweise ein entsprechendes Männchen finden und sich gut verstehen. Dann gibt es an der Stelle ein neues Rudel, sofern sie auch entsprechend gute Lebensbedingungen vorfinden. So, ich sollte mal noch kurz erwähnen, was sind gute Lebensbedingungen für den Wolf? Deutschland ist ein Schlaraffenland, wolftechnisch gesehen. Wir haben überall wirklich mehr als genug Wild, dass der Wolf problemlos vom Wild allein leben kann und es besteht in keinster Weise die Notwendigkeit für den Wolf, Haustiere zu reißen, was er tatsächlich auch nur in ein Prozent der Fälle, wo er irgendwas frisst, tut. Also, da braucht man jetzt auch nicht überdramatisieren. Ich nehme es gleich mal vorne weg. So häufig ist das noch nicht, dass es an Haustiere rangeht. Es passiert allerdings auch wiederum schon. Gut, aber Näheres zur Biologie vom Wolf und zum Verhalten vom Wolf, was jetzt nicht relevant ist für die Thematik, ob man vor dem jetzt Angst haben, sollte oder nicht, erspare ich euch jetzt und werde ich dann mal zu gegebener anderer Zeit nachholen beziehungsweise ihr könnt euch das auch ganz hervorragend in den 97 verschiedenen Internetseiten, die was zum Wolf zu berichten haben, nachlesen. Oder ihr lest mal ein gutes Buch. Zum Wolf gibt es 97 verschiedene tolle halb naturwissenschaftliche Bücher mit irgendwelchen Leuten, die sich mit dem Wolf angefreundet haben und dann mit dem oder im Wolfsrudel ewig lange gelebt haben. Sowas ist meiner Meinung nach sehr lesenswert. Führt aber dazu, dass man danach den Wolf ein bisschen hypt sozusagen. Und ein bisschen vergisst, dass das in 99% der Fälle eben ein Wildtier ist, das uns potenziell ohne weiteres töten und fressen kann. Und das unter gewissen Umständen tatsächlich auch schon getan hat. Und wahrscheinlich auch weiterhin tun wird, sofern es dann diese gewissen Umstände dazu sind. Und das also auch vorweg, es geht schon, dass man vom Wolf angefallen, getötet und gefressen wird. Das passiert durchaus. Es ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber es geht. Wenn man die politische Diskussion, ob wir den Wolf nun haben wollen oder nicht, außen vor lässt, dann lässt sich die Frage, ob der Wolf hier reingehört, wird definitiv mit einem ganz klaren Ja beantworten, weil er schon vorher da war und auch tatsächlich eine wichtige Ergänzung der Biodiversität darstellt und einen Kreislauf ins Ökosystem Deutscher Wald einfügt, der bisher gefehlt hat. Dass nämlich eben das Wild zwar sehr wohl ein Fluchtverhalten zeigt und ein bestimmtes Verhalten aufgrund des Prädatorendrucks, der da ist, bisher zeigt. Aber dieser Prädatorendruck, der eben bisher da ist, besteht darin, dass der Jäger auf dem Hochsitz sitzt. Im Wesentlichen, wenn er mal gerade keine Bewegungsjagd macht. Und das ist natürlich ein wildfernes Verhalten, muss man auch sagen. Das ist ein spezielles Verhalten des Wildes, das sich daran angepasst hat, dass es eben vom Mensch bejagt wird, der bestimmte Bejagungsweisen verwendet, die in der Natur so sonst nirgendwo vorkommen. Und das Vorhandensein des Wolfes würde also unabhängig davon, ob auch weiterhin der Jäger auf dem Hochsitz hockt oder nicht, dazu führen, dass das Wild sein natürliches Feindvermeidungsverhalten wieder annimmt. Und genau weiß man es nicht, aber man geht davon aus, dass eben das natürliche Feindvermeidungsverhalten, das Jägerhockt auf dem Hochsitz-Feindvermeidungsverhalten überlagern würde. Und das hätte zur Folge, dass der Jäger sich darauf einstellen müsste, irgendwie anders zu jagen, weil die Tiere eben sich anders verhalten und anders sich benehmen und die bisherigen Jagdmöglichkeiten vielleicht nichts mehr taugen. Die führenden Jagdwissenschaftler bzw. Wildtiermanagementwissenschaftler gehen allerdings davon aus, dass es kein Problem darstellen wird, wenn Wolf plus Jäger beide was erlegen wollen im Wald. Also man geht davon aus, dass das durchaus noch weiterhin möglich sein wird, dass ein Jäger hin und wieder mal ein Reh findet, dass er schießen kann und gleichzeitig der Wolf nicht verhungert. Das haben jetzt bisher Studien aus Ländern ergeben, die halt eben Wolf plus normale Jagd haben. Da gab es bisher überhaupt keine Probleme dadurch, also derart, dass die Jäger nichts mehr zum Schießen gefunden hätten. Und da, wo wir jetzt seit 15 Jahren die Wölfe haben, in diesem Gebiet finden die Jäger auch weiterhin wunderbar ihr Viechzeug zum Abschießen. Also es gibt weiterhin vergleichsweise hohe Abschusszahlen. Jetzt nicht die allerhöchsten überhaupt, aber es sollte auf jeden Fall noch auf einem Niveau sein, wo sich der durchschnittliche Jäger nicht beschweren dürfte. Insbesondere dann nicht, wenn es sich um Jäger handelt, die halt eben eine Hege ihres Wildes betreiben und ohnehin nicht so große Stückzahlen erlegen wollen, wie das zum Beispiel beim Fleischjäger der Fall ist, der auch, wenn drei Rehe dastehen, halt dann auch drei Rehe abknallt und drei Rehe ausnimmt und drei Rehe in den Kofferraum schmeißt und wenn er nach Hause fährt, das würde ein Jäger, der eine gezielte Hege seines Wildes, also eine Pflege, das kann man so mehr oder weniger gemeinsprachlich mit Pflege übersetzen, indem einzelne Exemplare entnommen werden, die aus verschiedenen böse gemeint Zuchtparametern nicht ins Gesamtsystem passen. Man behauptet, beziehungsweise es gibt Ansätze, dass auch die natürlichen Raubtiere so vorgehen, indem sie sich eben ein bestimmtes schwaches Tier aus einer Herde heraussuchen, dass sie dann jagen. Interessant ist jetzt, dass beim Wolf in Deutschland dieses Verhalten nicht zu beobachten ist. Wenn man sich nämlich das mal anschaut, wie alt die Rehwildpopulation ist, die der Wolf so futtert, dann entspricht der Anteil der gefutterten Jungtiere dem Anteil, den die Jungtiere an der Gesamtrehpopulation auch haben. Das heißt, der frisst random durch die Rehe durch. Also er nimmt aus jeder Altersklasse gleich viele Rehe und mampft halt eben mehr oder weniger. Es sieht so aus, als würde er das mampfen, was ihm gerade mehr oder weniger über den Weg läuft. Könnte daran liegen, dass sich die Rehe noch nicht so sehr daran gewöhnt haben, dass der Wolf wieder da ist. Könnte auch daran liegen, dass der Wolf definitiv ein sehr effektiver Jäger ist und die Jagd im Rudel wirklich ein extrem effektiver Mechanismus ist, um Beute zu machen. Der Wolf hat also eine überdurchschnittlich hohe Erfolgsrate, wenn er dann jagen geht. Gut, das waren jetzt so meiner Meinung nach die Dinge, die ihr dringend wissen musstet von der naturwissenschaftlichen Seite des Ganzen. Ob wir jetzt einen Wolf haben wollen bei uns oder nicht, beziehungsweise ob wir vor dem Angst haben müssen oder nicht, hängt jetzt im Wesentlichen davon ab, vom politischen Willen. Es ist tatsächlich im Großen und Ganzen meiner Meinung nach tatsächlich einfach eine politische Diskussion, wollen wir das Geld ausgeben, um es dem Wolf zu ermöglichen, beziehungsweise uns zu ermöglichen, mit dem Wolf klar zu kommen, weil das kostet. Das wird noch viel mehr kosten, als es aktuell kostet. Und aktuell kostet es schon relativ viel. Natürlich immer noch Peanuts, wenn man sich mal anguckt, was an Geld in Griechenland verbrannt wird. Aber keine Waldpolitik. Was keine Waldpolitik ist, sollte ich die Klappe zu halten. Aber das ist halt gerade so aktuell das Thema. Das konnte ich mir nicht verkneifen. Also offensichtlich ist das Geld scheinbar irgendwo da auf EU-Ebene. Ein EU-weites Wolf-Management-Programm wäre so gesehen also möglich. Gehen wir jetzt mal kurz die einzelnen Interessen der verschiedenen Gruppen, die bei der Wolf-Diskussion eine große Rolle spielen, durch. Da wäre zum einen die Jäger. Interessanterweise, was viele überrascht, ist, dass die Jäger sagen, selbstverständlich haben wir überhaupt nichts gegen den Wolf und er ist herzlich willkommen und darf jederzeit hier einziehen. Aber, und damit haben die Jäger vollkommen recht, und ich spreche jetzt vom DJV, also vom Deutschen Jagdverband, den aus wissenschaftlicher Sicht ein bisschen weniger offenen Jägern für Neuerungen und erstaunlicherweise haben, was heißt erstaunlich, das tut mir jetzt schon wieder leid, wenn ich erstaunlicherweise sage, jedenfalls haben die ein Positionspapier rausgegeben, in dem wirklich sehr, sehr, sehr gute Ansätze drinstehen, was sie ihrer Meinung nach an Forderungen an die Politik und die Gesellschaft und die Wissenschaft haben, was gemacht werden muss, damit das mit dem Wolf hier klappt. Und das ist im Wesentlichen zusammenfassend, könnte man sagen, Monitoring. Dass man also jederzeit weiß, es sind in Gebiet XY so und so viele Wölfe, dass man auch weiß, neuer Wolf rennt nach da und da, es gibt die und die üblichen Wanderrouten, die Wölfe, die jetzt in Süddeutschland aufkreuzen, sind über die Alpen gekommen, sind dann über die Vogesen nach oben und dann über den Schwarzwald irgendwie nach Süddeutschland eingewandert oder sie kommen aus Tschechien über den Bayerischen Wald und sind dann da irgendwie nach Süddeutschland eingewandert oder es sind Wölfe, die von der norddeutschen Population dann quasi nach Süden abgehauen sind. Sowas ist einfach wichtig und was sie noch fordern, was ich ebenfalls extrem sinnvoll finde, ist, dass sie ein übergreifendes Management, das Landesgrenzen ignoriert haben wollen, weil Tiere, denen sind Landesgrenzen scheißegal. Ob die jetzt auf Deutsch angesprochen werden, wenn man sie dann im Wald trifft oder auf Tschechisch oder auf Rumänisch oder auf Französisch, Französisch mögen sie wahrscheinlich nicht, ist den Wölfen im Prinzip vollkommen egal. So, jetzt warum sagt der Jagdverband jetzt sowas? Man könnte da fast ein bisschen überrascht sein, die Wölfe fressen denen doch ihre Beute weg sozusagen. Da gibt es doch einen gewissen Konkurrenzdruck. Es überwiegt tatsächlich scheinbar dabei, also so würde ich das zumindest interpretieren und so wird es bestimmt ein entsprechender hohes Tier des Deutschen Jagdverbandes auch so sagen. Was dabei wirklich die Hauptrolle spielt bei diesem Gedanken, dass der Wolf willkommen ist, ist der Naturschutzaspekt, den ein Jäger sich auch immer auf die Fahnen geschrieben hat. Völlig zu Recht und das tun sie auch wirklich. Also ein Jäger ist auch immer ein Schützer. Ganz wichtig, merkt euch das, das ist wirklich immer so. Also man kann den Jäger nicht unterstellen, dass sie in irgendeiner Form was Schlechtes für die Natur tun. Im Gegenteil, die Jagd ist wichtig und nötig. Also absolut, da gibt es überhaupt kein Wenn und Aber. Das ist so. Also wenn da irgendwelche Idioten durch die Gegend rennen, pardon, aber wirklich, es sind Idioten, die dann sagen, äh, ist hier Mörder! Ist völliger Schwachsinn und... Nein, 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 nein. Nichtsdestotrotz finde ich es eben gerade deswegen toll, dass die Jäger tatsächlich sagen, der Wolf ist willkommen, der gehört hierher. Das ist ein natürlicher Bestandteil unseres Ökosystems und unter anderem aus diesem Grund wollen wir den auch wieder haben. Aber wir behalten uns eben vor, dass wir beobachten, wie, was macht die Wolfpopulation? Wir wollen genau wissen, und das ist auch nochmal eine der Kernthesen, dass sie auch echt gerne haben wollen, in Anführungszeichen, dass ihnen gesagt wird, wo sind jetzt wie und wie viele Wölfe. Also sie wollen, dass sämtliche Daten, die zu den Wölfen erhoben werden, auch für alle, jedermann öffentlich gemacht werden, dass man immer jederzeit schauen kann, auch als kleiner Jäger, wie viele Wölfe habe ich jetzt hier bei mir unterwegs und so weiter und so fort. Warum wollen sie das? Wenn der Wolf dann mal eine Populationsdichte erreicht, dass er tatsächlich dann wieder selber bejagt werden muss, dann natürlich durch unsere deutsche Jägerschaft, dann wollen sie das natürlich wissen und wollen dann rechtzeitig entsprechende Maßnahmen ergreifen können, um die Wolfspopulation wieder ein wenig zu reduzieren, damit halt eben auch die Population anderer Tierarten nicht gefährdet wird. Knackpunkt ist dabei das Muffelwild. Das Muffelschaf auch genannt. Das ist zwar eingeführt bei uns, das ist eigentlich eine Wildschafart von Corsica, meine ich, also jedenfalls irgendeine Mittelmeerinsel. Und ja, wurde in dem Gebiet, in dem der Wolf jetzt so richtig krass unterwegs ist, also da in der Lausitz, tatsächlich vom Wolf ausgerottet. Weil Schaffangen ist für den so einfach wie, das geht also wirklich problemlos. Entsprechend holt er sich die dann auch relativ schnell, weil der ist ja auch faul, wenn der da quasi Happy Meal in der Ecke rumstehen hat, mit allem drum und dran. Ein Schaf scheint ihm auch gut zu schmecken, dann nimmt er sich halt eben das Schaf und geht nicht lange auf die Suche nach Reh, das wegrennt. Wobei, so ein Muffelschaf ist es mit einem Hausschaf auch nicht zu vergleichen. Also wenn man versucht, mal ein normales Hausschaf einzufangen, das kann man als Mensch schaffen. Die sind so lahm, die hol es da ein. Unter normalen Bedingungen. Ein Muffelschaf, ah, die sind schon recht flott. Ich habe es mal versucht. Ich wollte die ewig filmen, war im Bildgehege unterwegs. Das heißt, die hatten nur begrenzt Möglichkeiten, mir auszuweichen. Aber ich bin trotzdem nie an die Viecher rangekommen. Die passen auch gut aus. Sobald sich denen irgendwas nähert, was sie nicht kennen, sind sie weg und zwar alle miteinander. Das Rotwild hingegen ist da erheblich einfacher dran zu kommen, weil die sich denken, ach, du bist auch nicht viel größer als ich. Du kannst mir gar nicht so viel tun. Ich gucke dich jetzt erst mal an, bevor ich wegrenne. So mal im bemenschlichten Sinne. Aber das ist schon wieder ein Exkurs. Ja, das ist so ein bisschen die Position der Jagd also entsprechend gewesen. Die Jäger sind also, die ökologischen Jäger sowieso. Der ÖJV, der ist ja für alles biodiversitätstechnisch irgendwie Relevante, was es irgendwie im Wald geben kann. Das ist überhaupt keine Diskussion, ob die den Wolf haben wollen. Die wollen auch den Luchsenbär, die Wildkatze und alles andere, was irgendwie hier mal war. Demzufolge überrascht mich aber umso mehr, dass das tatsächlich auch der DJV auch eben so sagt. Das ist eine Überraschung gewesen. Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet. Und es war, wo ich mich wirklich bei der Recherche auch gefreut habe, dass da solche Einigkeit von Seiten der Experten herrscht. Denn die Naturwissenschaft sagt Wolf, check. Die Jäger sagen Wolf, check. Einzelne Jäger sind vielleicht anderer Meinung. Aber der Dachverband der Jäger sagt tatsächlich, dass der Wolf herzlich willkommen ist unter den gegebenen Beobachtungsmaßnahmen. Die aber auch aus naturwissenschaftlicher Sicht erstens mal extrem interessant, zweitens extrem nötig und drittens extrem populär. sein dürften. Also das sind so Jobs. Oh, das würde ich auch gerne machen. Also so in irgendeiner Form mit einem Wolf arbeiten. Wobei die da natürlich lieber einen Biologen als einen Förster nehmen. Es ist jetzt weniger wichtig, an welche Bäume der Wolf pinkelt. Und was für einen forstwirtschaftlichen Einfluss Wolf-Urin am Baum hat, als was der Wolf so tut. So populationsdynamische Geschichten und so weiter. Da muss ich zugeben, ist der Biologe von seinem Studium her dann doch ein bisschen qualifizierter als ich. Aber nur ein bisschen. So mit der Position der Naturwissenschaft und der Jägerschaft haben wir jetzt quasi die Experten abgedeckt. Die Leute, die sich professionell mit dem Wald und der Natur und eben gerade auch dem Wildbestand auseinandersetzen, werden damit abgehakt. Das sind ja wirklich die Leute, die das beruflich machen. Und da herrscht ein großer Konsens, dass eben der Wolf willkommen ist. Es gibt einzelne Jäger, die sind anderer Meinung. Es gibt einzelne, ganz wenige Naturwissenschaftler, die sind auch anderer Meinung. Also Biologen tatsächlich, die der Meinung sind, das wäre jetzt verkehrt. Aber das sind a, wirklich ganz, 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 ganz wenige. Und b, ist es immer so eine Sache, wenn einzelne Wissenschaftler eine völlig andere Meinung vertreten, als der ganz, ganz große Konsens. Es ist schon vorgekommen, dass die dann Recht hatten und die Erde ist tatsächlich eine Kugel. Es ist aber in den aller, 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 allermeisten Fällen so, dass es dann einfach irgendwelche Spinner sind, die Aufmerksamkeit haben wollen. Ich will ja jetzt nicht behaupten, dass die Erde doch eine Scheibe ist, aber ich gehe nicht davon aus, dass diese paar kleinen Wolfskritiker, die tatsächlich das Ganze auch, die sich als Wissenschaftler bezeichnen und irgendwas in die Richtung auch studiert haben, und dass die Recht haben, ist extrem unwahrscheinlich. Wenn man sich einfach den großen Konsens aller anderen anschaut, ist das höchst unwahrscheinlich. So, jetzt kommen wir zu der Fraktion der Interessensgruppen, die eher so gegen Wolf eingestellt sind. Wobei man da auch sagen muss, dass viele von denen sagen, dass sie das Tier an sich auch sehr toll und faszinierend finden, aber sie Angst haben. Und das ist was, was ich jetzt noch dazwischen schieben werde. Auch wenn ich gerade gesagt habe, jetzt kommen wir zu denen, aber das tun wir nämlich noch nicht. Denn die Angst vorm Wolf ist tatsächlich ein Faktor, der eine große, große Rolle spielt. Und mal abgesehen davon, dass viele Hausfrauen, Mütterchen, eben vor allem möglichen Angst haben, was möglicherweise sogar noch ihren Kindern gefährlich werden könnte. Also Pfützen, Sandhäufen, Wassergräben und sonstigen Krempel, den es in der Natur oder draußen gibt. Und das Kind könnte draußen spielen. Oh mein Gott, es könnte sogar von einer Zecke gebissen werden. Oder vom Baum fallen, wenn es versucht, auf den Baum zu klettern. Mütter, die überbehutsam auf ihr Kind aufpassen, oder auch Väter, das gibt es ja auch, sind mir ein extremer Dorn im Auge. Wie dem auch sei, worauf will ich hinaus? Die Angst vorm Wolf ist tatsächlich, ich habe mal in meinem Video Angst im Wald, das Thema, wieso man im Wald Angst hat, ein bisschen erklärt. Und bin darauf eingegangen, dass es eine angeborene und eine erlernte Angst gibt. Erlernte Angst wäre jetzt eben zum Beispiel, dass man weiß, Prüfungen sind böse. Die Prüfungsangst ist so eine ganz typische erlernste Angst. Je mehr Prüfungen man hat, desto schlimmer wird es. Das ist ganz oft bei Prüfungsangst so. Angeborene Angst ist Angst im Dunkeln, weil man einfach nichts sieht. Tatsächlich auch Angst im Wald, weil potenziell wilde Tiere drin sind und wir noch genetisch eingetrichtert bekommen haben, es gibt Tiere, die uns gefährlich werden könnten in der Natur. Und deshalb müssen wir uns entsprechend verhalten, um zu überleben, um uns vor diesen Tieren zu schützen. Und jetzt taucht eines dieser Tiere, vor denen wir genetisch bedingt Angst haben, wieder auf und rennt plötzlich wieder draußen in unserem Wald rum. Es ist also eigentlich nur natürlich, dass es jetzt einige Leute gibt, die sich eben diese Angst vor der Natur, vor der unbekannten Natur, vor diesem Wilden in der Wildnis, noch bewahrt haben. Es gibt eben die Möglichkeit, dass man so eine Angst sich auch abtrainiert, indem man eben in besagte Wildnis geht. Deshalb sagen all die Leute, die regelmäßig, also fast all die Leute, die regelmäßig in der Natur sind und jetzt nicht Schäfer oder zufällig irgendein Bauer oder sonstige Viehhalter sind. Das ist nochmal ein Thema für sich, dazu kommen wir gleich. Aber all die Waldtouristen, die gerne in den Wald gehen, um da eben touristisch aktiv zu sein und insbesondere fast nahezu alle Bushcrafter und Survival-Menschen und sonstige allein schon, weil sie die Natur mögen, können sie ja nicht kaum den Wolf verbieten, der vor uns hier da war. Das wird keiner von euch jetzt in die Kommentare schreiben. Das kann ich mir absolut nicht vorstellen, dass ihr sagt, ihr wollt keinen Wolf, damit ihr draußen im Wald und eure Plane keine Angst haben müsst. Der Wolf war vor uns da, der hatte auch ein Recht hier zu sein und zwar das Gleiche wie wir. Wenn wir da wirklich demokratisch und wenn wir wirklich sagen, wir mögen die Natur, an die Sache rangehen, ist der Fall ja absolut klar, dass wir alle Pro-Wolf sind. Wir, die wir jetzt hier solche Waldaktivitäten betreiben. Ja, aber jetzt bin ich abgeschweift. Hingegen eben, wer nicht häufig in den Wald geht und sich diese Angst nicht abtrainiert hat, diese vor dem ungewissen Faktor Natur, Wildnis, diese genetisch bedingte Angst, die man davor eben einfach hat, der hat die halt noch und deshalb kann ich dann zu einem gewissen Grad verstehen, dass die diversen Hausfrauen, die Angst vor so schlimmen Dingen wie Matschlöchern haben, dass ihre Kinder da reinfallen können oder gar sie selbst mit ihren hochhackigen Schuhen da drin ausrutschen oder ähnliches. Naja, dass diesejenigen, diese Fraktion an Leuten tatsächlich dann eben Angst vor dem Wolf hat, kann ich irgendwo verstehen.